Schnell, es fängt schon an! Schalt ihn an! Gerade rechtzeitig! Hallo, meine Damen und Herren! Wow! Sieh dir den Anzug an! Heute steht viel auf dem Spiel! Ein Koffer voller Geld! Ach, das könnte euch gehören! Wir könnten gewinnen! Mögen die Spiele beginnen! Hast du gehört? Hey, was passiert mit uns? Wow, wo sind wir hier? Hallo, ist da jemand? Wir sind hier wohl voll allein! Diese Challenge wird euch gefallen! Bereit mehr herauszufinden? Oh yeah! Linke Hand auf Rot, Baby! Hä? Linke Hand auf Rot? Oh! Äh, hab's gefunden! Wir haben's geschafft, Mr. Moderator! Wartet's nur ab! Es geht weiter! Linker Fuß auf Grün! Ha! Oh, okay! Der hier? Ja! Grün? Oh, da ist er! Oh, ich hab's geschafft! Nicht schlecht! Bringen wir etwas mehr Würze ins Spiel! Hö, das schafft ihr nie! Rechter Fuß auf Gelb! Hey! So ein Müll! Rechte Hand auf Blau, oder? Na los, ich bin so nah dran! Die Spannung steigt, Leute! Ja! 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 Streck dich an! Ach, ja! Strecken! Ja! Oh, je! Mann am Boden! Uh! Puh! Hey, was passiert, wenn ich verliere? Oh, nein! Oh, ich mag keinen Ketchup! Bitte nicht in meinen Mund! Hm, nicht ins Gesicht! Ich, ich drück meine Augen nicht auf! Es ist endlich vorbei! Au, 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 au! Ich kann nicht hinsehen! Also, hab ich diese Runde gewonnen? Oh! Buh! Wie eklig! Wow! Leute, es wird noch chaotischer! Das magische Toilettenpapier! Wir müssen nicht aufs Klo gehen, oder? Oh, viel besser! Wow! Die gibt es jetzt schon in Bund? Wow! Da steht ein Glas Limo drauf! Die Challenge sieht blöd aus! Da mach ich nicht mit! Äh, Chris? Sieh mal! Das ist jede Menge Schlagsahne! Schon kapiert! Möge der Bessere gewinnen! Okay! Challenge angenommen! Dann legt mal los! Ihr habt 30 Sekunden, Leute! Viel Glück! Aha! Rollt los! Vorsichtig! Keine ruckartigen Bewegungen! Sie ist so schnell! Ich muss mich beeilen! Na los! Ich bin so nah dran! Echt jetzt? Das wackelt doch! Oh nein! Hat es Chris geschafft? Wuhu! Gewonnen! Keine Schlagsahne in mein Gesicht! Halt! Oh nein! Warum ist das so kalt? Das kriege ich niemals weg! Oh je! Zum Glück habe ich gewonnen! Das war heftig! Aber der Spaß geht weiter! Wovon redet er da? Die Runde ist vorbei, oder? Ah! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet! Ich dachte, ich hätte gewonnen! Ja, ja, ja! Zurück zum Spiel, Leute! Wow! Wie sieht das denn hier aus? Ist das wieder eine Challenge? Seht mal hinter euch! Hm? Seit wann steht das denn da? Hier gibt es einige Preise zu gewinnen! Ein Versuch ist das wert, oder? Okay! Wir sind dabei! Das ist eine krasse Axt! Ich hole mir auf jeden Fall das Handy! Und natürlich den Sieg! Ich weiß nicht! Das sieht schwierig aus! Also dann! Und ha! Ich war früher mal Cheerleaderin! Oh nein! Was? Nein! Halt! Ah! Volltreffer! Sehr schön! Und jetzt du! Äh, meinen Sie mich? Lass mich nicht im Stich! Hey, ich habe eine bessere Idee! Okay, los geht's! Oh! Ich habe die Dosen erwischt! Nice! Hey, das ist nicht fair! Ich probiere es einfach nochmal! Siehst du? Oh nein! Das war zu hoch! Oh oh! Jupp! Oh oh! In Deckung! Hoffentlich magst du Zitronen! Mh, witzig! Mach dich bereit! Ich hasse Sauer! Chris? Oh, so ein Jammer! Ach, na schön! Oh! 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 Heftig! Ich get, ich get, ich get! Ah! Das ist furchtbar! Mach schon! Die Mäusefalle? Ich ziehe lieber auf das iPhone! Wie schwierig kann das schon sein? Echt, wahr? Er ist rangekommen? Aber wie? Was geht denn da ab? Habt ihr das gesehen, Leute? Gut gemacht! Wusste doch, dass ich's kann! Das Handy gehört mir! Heute scheint mein Glückstag zu sein! Ein riesiges Geschenk! Wow! Oh, hey! Das gefällt mir nicht! Die letzte Challenge hat begonnen! Was ist denn mit dem los? Ich mach das mal auf! Back auf Kuchen! Oh, nicht schon wieder! Alter, muss das sein? Kaum zu fassen! Oh, Mann! Ich hasse das! Und ich liebe es! Ich öffne das auf gar keinen Fall! Es, äh? Darf ich? Danke! Oh, je! Hey! Das ist Geld! Chris, ich hab die Kohle gewonnen! Und weiter! Geht's! Hallo, süße Boneten! Geht es euch beiden gut? Geschafft! Okay! Wollt ihr die Kohle? Sie gehört euch! Passiert das gerade wirklich? Äh, wie auch immer! Bereit? Hä? Wo ist das Geld? Würdest du für Geld auch bis an deine Grenzen gehen? Wie wäre es mit deiner eigenen Challenge? Vergiss nicht, das Video mit Freunden zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren, damit du nichts mehr verpasst! Nej, der püfe! Du so bist! victims, aber dann geht's ja immer wieder nach! ój, man geht's! Und du PC!